Seid gegrüßt, liebe Leute, willkommen zurück zu Battlefield 4. Wir spielen heute Siege of Shanghai, wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann. Und wir starten natürlich auch bei dem besten Punkt. Oh Gott, wir machen uns ein Heli kaputt. Wieso das denn, den es überhaupt gibt auf dieser Web? Nämlich auf dem coolen Hochhaus, bis irgendwelche Idioten meistens irgendwann anfangen, es kaputt zu springen. Ja, da haben wir einen. Und wie ihr seht, ja, apropos, haben wir einen. Wir spielen, komm schon, ach, na, Mist. Wir spielen mit der ACE, ja, seit langem mal wieder. Ich habe mir vorgenommen, einfach mal heute, passenshalber, ein paar neue Waffen auszuprobieren. Oder was heißt neue Waffen, aber halt mal ein paar andere Waffen zu spielen. Vielleicht sogar auch ein paar neue Waffen. Also ich habe sowas vor, wie vielleicht sogar das M16 mal auszutesten. Komm schon, gibt es doch nicht. Ach, jetzt müssen wir uns ducken, dass wir auch gar nicht irgendwie auf die Schnauze kriegen. Hier ist Überleben wichtiger als alles andere, dass notfalls auch Leute noch zu uns spawnen können und so weiter und so weiter. Ja, ihr seht schon, wie viel Punkt schon, das gibt es doch nicht. Jetzt haben wir ihn. Wie viele Leute wir hier eigentlich sind und trotzdem nehmen wir nicht den Punkt ein. Da merkt man das schon immer ein bisschen. Komm, wo seid ihr? Da ist ein Snipper, den haben wir auch noch. Uh, knappe Sache, knappe Sache. Oh, oh, da kommt ein Heli, da kommt ein Heli. Oh, was will der denn? Was will der denn? Kriegen wir noch? Ja, haha. Wollt ihr doch eiskalt hier mit der Schrute das Dach leer fegen? Das kann aber sowas von vergessen. Ich habe noch witzige Neuigkeiten. Na, na, komm, nimm doch, nimm jetzt. Wo ist es? Ach, na gut, okay, jetzt brauchen wir auch nicht mehr das Medipack. Dann können wir ihn einfach so heilen. Und zwar, es gibt jetzt circa noch 10 weitere Folgen. Also es gibt genau 10 weitere Folgen inklusive dieser hier, die ihr gerade seht, bis Battlefield 4 vorbei ist und dann Battlefield 1 anfängt. Nämlich, ich habe vorhin gelesen, dass die Beta, die Open Beta zu Battlefield 1, das können wir vergessen. Ja, es hat geklappt. Uh, da sind sie schon. Komm, 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 gleich am nächsten. Surprise, motherfucker. Aber schön auf welche weggezählt. Damit haben sie überhaupt nicht gerechnet. Ja, es ist so geil, dieses einfach um die Ecke nach unten springen. Ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Manchmal ladet man halt auch blöde daneben. Aber es hat einen sehr schönen Effekt, wie man gesehen hat. Okay, also um wir uns mal zur E-Mail durchzuheizen. Also nach jetzt der Gamescom, die ja glaube ich bis zum 19. August geht, wenn ich mich täusche. Oder 21. Na, irgendwie so auf jeden Fall. Danach soll dann die offene Beta kommen zu Battlefield 1. Oh, oh, da ist ein Schiff und ich hoffe mal, das sieht uns nicht. Es scheint uns nicht wirklich zu interessieren. Okay, okay, okay. Ich kann mir den Punkt hier nämlich ganz geschmeudig einnehmen, also hoffentlich. Und das ist natürlich dann so der Punkt. Dann bis dahin gibt es halt dann Battlefield 4 noch, ne? Weil 1 spiele ich ja dann einfach seit der Beta. Ja, und dementsprechend wird es dann höchstwahrscheinlich bis zum Release, was ja ungefähr einen Monat später ist. Ey, ich habe schon... Oh, ne. Oh, Gott, 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 Gott. Huh, Glück, 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 Glück. Wäre echt hier aber richtig böse gewesen, hätten wir den nicht erwischt. Naja, also danach... Ach, jetzt werden wir hier gar nicht zum Reden gelassen. Aber das ist nicht so schlimm. Hauptsache, wenn wir hier Kills machen, dann passt das ja schon. Dann passt das ja schon. Das Ganze hier ist ja auch immer etwas überstummt. Mit dem Zwiespalt zwischen Sachen erzählen und... Ach, Kacke. Na, jetzt haben wir Zeit. Jetzt haben wir Zeit. Naja, genau. Also dann geht es halt im Endeffekt die offene Beta hier los. Und dann gibt es ja wahrscheinlich auch Beta-Gameplay, bis dann das Hauptspiel released wird. Das heißt, ab da ist Battlefield 4 vorbei. Warum dann 10 Folgen? Ich meine, wir sind jetzt schon... Ich meine, ihr seht das... Das Video müsstet ihr am 15. sehen. Dementsprechend dürfte es ja auch vielleicht sogar deutlich weniger sein. Aber ich dachte mir, meine Güte, hat man das so ein bisschen überschlagen. Bis zum Ende des Monats wären es dann vielleicht so 8 oder so. Aber machen wir einfach eine Runde Summe draus, weil man weiß ja auch immer nicht ganz genau. Also wenn jetzt zum Beispiel die Beta uns so richtig scheiße ist und Battlefield 1 überhaupt nicht richtig cool sein sollte, dann müssen wir ja eh nochmal irgendwie so ein bisschen weitersehen. Aber jetzt gibt es erstmal so als gewisse Konstante jedenfalls für euch 10 Folgen inklusive dieser hier. Damit wir wirklich bis Ende des Monats das komplett noch durchziehen. Im gesamten August kriegt ihr praktisch noch Battlefield 4 zu sehen. Und am letzten Tag, am 31. oder 30. Das weiß ich jetzt gerade nicht so ganz genau. Aus dem Kopf werden wir dann das letzte Video sehen. So, jetzt werden wir mal versuchen ein bisschen... Ne, 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 ne. Der Dicke ist irgendwie witziger. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht sogar noch einen anderen... Naja, naja. Wir können auch den Klappgriff nehmen, aber der sieht auch nicht viel cooler aus. Lassen wir es mal dabei. Spielen wir mal ein bisschen wieder mal mit der AEK. Ne, ich habe ja gesagt, wir spielen aber mal ein bisschen was anderes in Sachen Waffen. Gucken wir mal so, gucken. Naja, immerhin Hilfe und da können wir so noch einen reviven. Hallöchen, hallöchen, genau so soll das sein. Ansonsten habe ich natürlich auch... Ne, da. Jetzt kommt... Jetzt. Oh, irgendwie ist jeder hier vor uns. Was, was, was? Wieso denn keine Kills? Oh, das ist noch... Oh Gott, da sind noch mehr... Immer noch keine Kills. Was ist denn das gewesen? Oh, jetzt... Jetzt haben wir nicht mal unseren Atzen reanimieren können. Wir haben... Also gut, ich meine, wir haben anderen dafür gekriegt, aber... Naja. Naja, alles gerade echt überstimmt. Mensch, das war ja gerade das größte Pech, was ich seit langem gesehen habe. Ich meine, wir haben ja... Oh, da ist doch einer. Erwischt. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, da waren 5, 6 Leute. Oder ne, 4, 5 Leute. Und... Oh, ach. Und da habe ich sogar noch die Nate am Ende gezogen, weil ich noch im Augenwinkel das Ganze gesehen habe. Naja, das war das Dämlichste von allem. Aber, 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 aber trotzdem, glaube ich, gar nicht so schlecht reagiert, wenn man so will. Halt nur falsch reagiert. Was ist da besser? Naja, wahrscheinlich wieder noch. Gut, versuchen wir es einfach mal wieder bis nach Ebene hinten durch. Darauf achten die einfach nur in meiner Regel nicht so. Wo man natürlich nach den Tickets jetzt schon damit rechnen kann, dass wir das Ding, glaube ich, nicht mehr unbedingt gewinnen. Aber wir werden kämpfen bis zum Ende. Naja, und ansonsten müssen wir mal nachher gucken. Ich weiß auch nicht, wie es mit der Beta nachher ist. Wirklich, das kann natürlich auch sein, dass Battlefield 1 an sich... Ich meine, es ist relativ safe, dass wir das richtig zocken werden und Battlefield 4 ablöst. Ich meine, es sieht wirklich cool aus. Und auch Spielmechanismen, die man jetzt schon so erkannt hat, das sind echt was, auf das ich mich wirklich sehr freue. Wo sind die denn? Nirgends. Das ist sehr schön. Dann können wir den hier ganz entspannt einnehmen. Aber natürlich kann es sein, dass Battlefield 1 in der Beta jetzt noch gar nicht so viel bietet. Beziehungsweise, dass ich vielleicht zeitlich gesehen dann vielleicht gar nicht dazu komme, fortzuproduzieren. Weil in der Regel, auch jetzt ist es ja so, ich habe maximal eine Woche Battlefield 4 fortproduziert. Was ja dann in der Regel auch nur 3, 3,5 Folgen sind. Nicht wahr? Und das kann bei Battlefield 1 in der Beta halt der Fall sein. Dass ich da auch nicht mehr als, sagen wir mal, 3,4 Folgen mehr produzieren kann, als die Zeit, in der wir es überhaupt spielen können. Na? Ich habe es ihm immerhin noch geschrieben. Jetzt... Ah, warte, warte, warte. Naja. Nee, wir müssen es anders schreiben. So. Das müsste reichen. Oh, da haben wir einen Buschaffer. Ist egal. Das geht schon, das geht schon. Oh, fliegt der denn her? Jetzt steigen wir mal lieber ganz schnell aus. Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Oh, da ist doch noch einer. Da kommt, der kommt doch, der kommt doch, der kommt doch. Den haben wir, den haben wir. Na, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Irgendwas Tolles wollte ich doch noch sagen. Dazu? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Doch, ich weiß es wieder. Also, wir haben dann natürlich das Problem, dass es vielleicht sogar noch mal eine Spanne gibt, dann nach der Beta bis zum Vollend-Release. Ich glaube also, wenn es bis jetzt immer so wie bei Battlefield Hard... Ach. Wenn es so wie bei Hardline unser der Fall gewesen ist, dann oder bei Battlefront war es ja auch so, dann hat man in der Regel noch circa einen Monat Zeit, bis dann der richtige Release kommt. Und das könnte natürlich dann schon ein bisschen heavy werden. Ja, also da kann es dann sein, dass dann vielleicht in der Zwischenzeit nochmal Battlefield 4 kommt oder dann vielleicht gar nichts mehr. Vielleicht habe ich dann auch nach der Battlefield 1 Beta das Gefühl und sagt, nee, nachdem ich jetzt... Oh, 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 oh. Ja, den haben wir, den haben wir wenigstens. Komm, wir kriegen auch noch, den kriegen wir auch noch. Den haben wir nicht, aber wir haben Kille für immerhin. Und da lag auch noch einer. Mensch, sollte uns vielleicht angewöhnen, da nicht mehr voll in die Mitte reinzuspringen. Obwohl, irgendeiner muss es ja machen. Und ich bin, wie ihr wisst ja, nicht unbedingt einer, der dann gerne in zweiter Reihe steht, sondern da wird bei mir einfach immer mit reingesprungen. Und in der Regel, ja, auch wenn ich dadurch nicht jetzt immer die beste KD mit am Ende habe, muss man ja trotz alledem sagen, mache ich damit eine ganze Menge Punkte. Ja, also insofern ja auch hoffentlich dann auch was das gesamte Team, denn das heißt im Zweifelsfall natürlich auch immer Tickets, weil ich diese Aktion natürlich auch immer bei den Flaggen schiebe. Na, nehmen sie den unten schon wieder ein? Nee, okay. Dann gehen wir mal vielleicht sogar zur Mitte wieder nach hinten. Ja, das müsste sein, das müsste sein. Aber wir fahren wieder mit dem Fahrstuhl. Und es sind noch 49 Tickets, 48, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Naja, also es kann natürlich sein, dass Battlefield 1 auf Dauer mich versaut hat für Battlefield 4 sozusagen. Und dann werde ich das auf keinen Fall mehr spielen können. Kann natürlich auch alles sein, aber dann wüsste halt ungefähr so, wie der Fahrplan ab jetzt ist. Das heißt, 10 Folgen, die garantiere ich euch. Die mache ich jetzt auch noch fix. Da ist er. Sauber, sauber. Oh Gott, der ist ja auch geschossen. Nein, 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 nein. Gerade so, 23 Leben noch. Oh Gott, da ist noch einer. Den haben wir, den haben wir. Den müssen auch, den müssen auch. Nee, den kriegen wir nicht. Ja, 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 sauber, keiles Ding. Haben wir die Wecke zwirbelt zusammen mit unserem Squad-Ubz, der ja noch dazu gekommen ist. Nice, nice, nice. Jetzt nehmen wir hoffentlich den Punkt noch einer hin. Ist irgendwo einer. Mal gucken, ob die Nate was anzeigt. Tut sie nicht. Naja, gut, okay, dann gehen wir mal ein bisschen auf die Suche. Ich kann hier nämlich eigentlich einfach so rumsitzen. 10 Tickets. Na, es wird zu knapp, es wird zu knapp. Ist egal, ist egal. Ich meine, ansonsten war es eine witzige Runde. Ich habe auch mal wieder ein paar neue Waffen gespielt oder was. Das heißt, neue, andere Waffen gespielt. Insofern, ne, finde ich, hat, also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe euch natürlich auch. Vielen Dank fürs Einschalten. Und nicht vergessen, 10 Folgen und bis zur 9. Nee, ach, ach Gott, 9. Naja, jetzt schon.